Servus Freunde, neuer Tag, neues Glück, Fleischglück und wir haben uns heute was Besonderes vorgenommen. Wir haben ja ganz viele Barbecue-Videos getrieben, wir haben eigentlich alles gemacht, Brisket, ganze Lämmer, Asado, ganze Bauchlappen, wir haben alles gemacht, aber es gibt ja ab und zu auch so Barbecue-Trends und einer dieser Trends, an dem auch wir nicht vorbeikommen, ist der sogenannte Beef Hammer. Bei jedem Barbecue-Kurs fragen mich die Leute, du Luki, wie macht man denn den perfekten Beef Hammer? Und jetzt müssen wir mal anfangen, was ist ein Beef Hammer? Ein Beef Hammer ist nichts anderes als ein Ochsenhaxen oder ein Rinderbein, könnte man sagen. Man kann das Ganze auch schon fix und fertig kaufen, so schaut das Ganze dann aus. Das ist ein Beef Hammer und im Endeffekt ist es nichts anderes. Wie gesagt, ein Rinderbein, man kann das fertig kaufen, man kann es aber auch selber machen und wie man das perfekt auf den Punkt bringt, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier zwei Haxen, einen Hinterhaxen und einen Vorderhaxen. Und der Klassiker hierfür wäre jetzt eigentlich Osso Bucco, kennen die meisten. Das ist die Beinscheibe vom Rind, die wird in Scheiben geschnitten, wird geschmort mit einer geintomatigen Soße und es ist eigentlich die absolute Erfüllung. Wenn wir von geschmorten Rind sprechen, gibt es eigentlich nur zwei, für mich, zwei Teile, die richtig bumsen. Und zwar ist das einmal die Backe mit viel Kollagen und zum anderen ist die Haxen. Klassischerweise wird der Rinderhaxen ja als Suppenfleisch gegart und man kann ihn aber auch braten. So ein Klassiker ist am Oktoberfest zum Beispiel eine gebratene Kalbshaxen. Die ist halt deswegen so gut, weil es so viel Kollagen drin ist, weil es so saftig ist. Und genau so wollen wir das auch machen, nur jetzt auf einem anderen Weg und zwar auf dem American Way, also auf dem amerikanischen Weg. Das heißt, wir machen das Ganze im Big Green Egg, smoking this low and slow. Temperatur 120 Grad, mehr müsst ihr euch gar nicht merken. Und bevor wir jetzt anfangen, bereiten wir den Beef-Hämmer einmal vor. Wir haben hier im Endeffekt eine ganze Vorderhaxe und ich schneide jetzt hier einmal durch, weil wir brauchen ja diesen Hämmer. Nehmen wir den Ausbeiner und schneiden hier einmal rein, bis auf den Knochen runter und lösen wir den jetzt einmal sauber aus. So, meine Beef-Hämmer habe ich jetzt schön pariert und das, was ich hier oben weggeschnitten habe, das ist richtig geiles Fleisch zum Schmoren und damit machen wir später ein tolles Gericht im Dutch Oven. Also nichts verkommt, das brauchen wir später. Damit der Kerl steht, das ist das Wichtigste, er muss stehen im Grill und der würde jetzt umfallen, weil ich habe hier nur dieses Kugelgelenk, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schneide es mit der Handsäge, ich zeige euch das mal, und würde hier so ansetzen. So eine Handsäge hat eigentlich jeder daheim, gibt seinen Metzgerbedarf. Oder wir machen es eben professionell. Ich nehme einfach meine Kreissäge, meine Bannsäge und schneide die einmal durch. Die Knochen heben wir natürlich auf, das kommt in mein Fond. Aber wie man sieht, mein Hammer steht. Als nächstes binden wir den Beefhammer, und zwar ist es essentiell wichtig, damit das Fleisch nicht während des Garns vom Knochen fällt. Und das wäre ja schade. Eigentlich sollte es ja vom Knochen fallen, denn FOTB, wie jeder in der Barbecue-Sprache weiß, Fall of the bone bedeutet, dass das Fleisch so zart ist, dass es vom Knochen fällt. Wir wollen aber nicht, dass vom Knochen fällt. Und deshalb binden wir das Ganze jetzt erst mal. Ich nehme einen ganz normalen Metzgergarn. Hat jeder daheim. Und dann wird der Bursch jetzt einfach mal klassischerweise gebunden. Und zwar wie so ein Rollbraten. Ich mache hier den ersten Knoten. Knot das gleich zusammen. Und dann der Klassiker. Ich nehme den Garn, fahre einfach so durch, ziehe den da hoch. Und habe hier, wie beim Rollbraten oder wie beim Matambri, eine schöne Bindung. Das geht ganz easy. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, beherrscht man das auch. Und das ist halt so eine traditionelle Bindetechnik, wie es jeder Metzger hat. Die Hämmer sind gebunden. Und jetzt kommt was. Bitte verurteilt mich nicht. Jetzt kommt Alufolie. Die hat aber keinen direkten Verbund mit der Hitze. Aber wichtig ist, dass wir jetzt hier diese Knochen einmal abbinden. Und zwar ist die Alufolie wichtig, damit der Knochen nicht so braun wird. So. Und jetzt schaut das Ganze schon mal richtig schön aus. Was jetzt fehlt, als nächstes, ist die Würze. Und zwar würzen wir den auf zwei Wege. Einmal infusionieren wir den ganzen mit einer Spritze, mit einer Lake oder mit einer Brine oder mit einer Beize, wie man sagen könnte. Und zum anderen wird das Ganze dann von außen nochmal gerubbt. Ich beginne jetzt einfach mal mit dem Rub. Und zwar nehme ich ein Blech. Und mache mir einen speziellen Hammer-Rub. Ich habe hier einmal Senfpulver. Dann habe ich ein bisschen Chili. Dann nehme ich ein bisschen Kreuzkümmel. Als nächstes nehme ich ein bisschen Senfpulver. Ein bisschen Zwiebelpulver. Ein bisschen Cayennepfeffer. Ein bisschen geräucherten Paprika. Dann habe ich noch ein bisschen Pfeffer. Salz und Zucker. Das ist jetzt mein, ich nenne es jetzt einfach mal Hammer-Rub. Das ist ja quasi der klassische Dust. Man sagt ja Stolldust dazu. Oder wir sagen Stolldust. Und jetzt wird der Hammer einfach mal trocken gerubbt. Wirklich schön von allen Seiten. Man könnte die Würzmischung auch fertig kaufen. Aber wir zeigen euch den Hammer wirklich von der Keule bis zum fertigen Ergebnis. Wie man es selber macht. Und das Schlimmste finde ich eigentlich sind diese fertigen Würzmischungen. Weil jeder Pitmaster hat seine eigene Würzmischung. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und seinen eigenen Dust zum haben. Also sein eigener Barbecue-Rub. Das ist eigentlich so die Benchmark. Wie gesagt, den Wrap, den wir machen, der kommt aus Kansas City. Das ist der klassische Barbecue-Rub. Man sagt auch Brie-to-Rub, der eigentlich für die Rips gedacht ist. So schaut das Ganze aus. Als nächstes geht es an die Infusion. Also Infusion heißt im Endeffekt, wir machen eine Beize, die wir in das Fleisch spritzen. Am bekanntesten ist eigentlich eine Salzlake. Das kennt man vom Kassler. Sagt euch vielleicht was. Und ein kleiner Schwank am Rande. Das Kassler kommt nicht aus Kassel, wie viele meinen. Sondern das Kassler ist eine Erfindung von einem Berliner Metzger. Der hat Kasseler gekoßen. Also nach Kasseler Art bedeutet, man nimmt eine Lake oder eine Pökellake mit Nitritpökelsalz und spritzt die ins Fleisch. Und dieses Spritzpökeln, das ist halt klassisch, wie gesagt, Kassler, Kassler Rückensperr, Kassler Rippchen. Wir machen das Ganze jetzt ein bisschen anders. Und zwar machen wir eine Infusion, die es richtig in sich hat. Beginnen tue ich mit Cider, also mit Sidre. Die meisten kennen Apfelessig oder Apfelsaft. Wir nehmen Sidre. Hier habe ich eine schöne Säure mit drin. Und gebe das jetzt einfach mal dazu. Als nächstes nehmen wir ein bisschen Worcestershire Sauce oder Worcestershire Sauce. Ich sage einfach, die Worcestershire Sauce. Muss unbedingt mit rein. Dann kommt was, was eigentlich nicht so typisch ist fürs Barbecue. Ich nehme ein bisschen Mirin. Mirin kommt aus Japan. Und das ist so ein gesüßter Reiswein-Sake-Essig. Somit kriege ich ein bisschen Süße mit rein. Und weil wir schon beim Thema Süße sind, kein Gericht in der Küche vom Stoll oder von Luki Maurer ohne Ahornsirup. Ahornsirup und so Eierlegen, die Wollmilchsau. Macht eine schöne, gesunde Süße und gehört unbedingt mit dazu. Dann brauche ich mal noch ein bisschen was Sauers. Jetzt nehme ich nur einen Holundressig. Schön von Theo. Also einen süßen Essig. Ihr könnt da auch einen Apfelessig nehmen. Ihr könnt da auch einen Himbeer-Essig nehmen. Wie ihr lustig seid. Einfach einen schönen süßen Essig. Und ganz zum Schluss. Was war Barbecue ohne Whisky? Ich habe jetzt hier einen Harley-Davidson-Whisky. Nicht sparen. So. Jetzt habe ich eine wunderschöne Beize. Eine wunderschöne Brine. Und das muss jetzt ins Fleisch. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich nehme so eine klassische Spritze. Wie jetzt hier von Napoleon. Gibt es in jedem Grillzubehör. Gibt es von jedem Hersteller. Aber ich habe noch einen anderen Trick. Wie man die Beize mit richtig viel Power in das Fleisch kriegt. Und den zeige ich euch jetzt. Und zwar kennt jeder diesen Easy-Sahnebläser. Den haben viele daheim, weil die Mutti da zum Erdbeerkuchen die Sahne aufschlackt. Oder weil man in der modernen Küche da Spumas macht. Ich nehme also diesen Sahnebläser und nehme eine Infusionsnadel. Gibt es im Zubehör. Kostet vielleicht 15 Euro. Braucht man immer wieder. Man kann das auch benutzen, wenn man zum Beispiel Windbeutel füllt oder Krapfen füllt mit Sahne. Aber ich benutze es für das Barbecue. Dann fülle ich meine Infusion einfach hier in den Bläser. Und habe jetzt eine richtig coole Beize. Das Ganze wird dann verschraubt. Als nächstes nehme ich eine Patrone. Und eine Patrone reicht vollkommen. Ich brauche ja nur den Druck. Ich will ja nicht, dass sich das Ganze aufbläst. Sondern ich will nur den Druck. Einmal gescheit schütteln. Und jetzt geht es los. Ich gehe in meinen Hämmer und spritze den richtig schön. Jetzt geht das Ganze erstmal auf das Big Green Egg für drei Stunden bei 120 Grad. Los geht's. Mein Big Green Egg habe ich jetzt auf 120 Grad vorgeheizt. Also immer so 120, 90. Also 120, 90. Das ist eigentlich so eine Grundeinstellung, die immer funktioniert. Also 120 Grad Außentemperatur, 90 Grad im Kern. Dann ist der Longjob fertig. Also mehr gehört nicht dazu. Ich habe jetzt hier mal meinen Konvektorstein. Und ich lege jetzt einmal Blech drunter. Weil ich habe natürlich auch relativ viel Fleischsaft. Und es wäre viel zu schade, viel zu schade, wenn ich diesen Fleischsaft später einfach nur in der Glut versickern lasse. Deshalb Blech rein. Dann kommt der Rost drauf. Und letztendlich wäre es jetzt natürlich super, wenn ich den Beefhemmer gerade reinstellen könnte. Klappt aber nicht von der Höhe her. Deshalb lege ich den jetzt erst. Und wichtig, legen auf die Knochenseite. Der muss jetzt noch gar nicht stehen. So, und das war der ganze Zauber. Jetzt ist erstmal nichts zu tun angesagt. Ich kann jetzt ein Bier trinken. Oder ich mache schon mal die Beilage dazu. Beziehungsweise die Beilage zum Beefhammer macht unsere Eva. Servus Freunde. Es geht weiter. Und zu dem unglaublichen Beefhammer, den der Luki ja vorhin aufs Green Egg hat, darf ich mit euch jetzt einen Kartoffelsalat machen. Und der Kartoffelsalat soll nicht so klassisch, bayerisch, wie wir es in jedem Wirtshaus bekommen werden. Sondern wir geben noch richtig schönen, knusprigen Speck dazu. Ein paar Jalapeños. Und anstatt dem Zucker nehmen wir einfach ein bisschen Ahornsirup. Aber als erstes schälen wir mal die gekochten Kartoffeln. Kartoffeln geschnitten. Jetzt geht es weiter ans Marinieren. Salz. Wie der Bayer sagt, oder für unsere Norddeutschen, Salz. Dann als nächstes nehmen wir scharfen Senf. Damit ist ein bisschen dinkig gekriegt. Nehmen wir ein bisschen süßen Senf. Aber nur ganz wenig, nicht ganz so viel. Dann den Ahornsirup. Anstelle vom Zucker. Und dann ganz einfachen Brandweinessig. Merkt euch eins, beim Kartoffelsalat muss es kein teurer Essig sein. Der beste Kartoffelsalat ist immer der mit einem billigen Essig. Einfach ein ganz normaler Brandweinessig nehmen. Dann kommt eine schöne warme Rinderbrühe dazu. Und das ist schon mal unser Grundzutat. Das rühren wir jetzt einmal gescheit um. Und dann lassen wir den Kartoffelsalat ein bisschen ziehen. Und dann schneiden wir uns alle anderen Zutaten zusammen. Den Kartoffelsalat schön locker durchrühren, dass er nicht zu matschig wird. Wenn noch ein bisschen Flüssigkeit fehlt, einfach nochmal ein bisschen was dazu tun. Das ist Gefüllssache, weil jede Kartoffel ist anders. Jede Kartoffel braucht andere Flüssigkeitsmenge. Und deswegen muss man da einfach ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Und so lassen wir das Ganze jetzt durchziehen. So 20 Minuten. Und in der Zeit kann man schon mal die Zwiebeln mit dem Speck anbraten und die Chalapenos klein schneiden. Der Kartoffelsalat hat jetzt durchgezogen. Das sind die Chalapenos. Die geben ein bisschen Schärfe ab. Die gebe ich jetzt auch mit dazu. Und erst ganz zum Schluss, wenn der Kartoffelsalat einfach den Geschmack aufgenommen hat, kommt der Speck mit den Zwiebeln dazu. Merkt euch das daheim auch immer erst das Öl ganz zum Schluss dazugeben oder das Fett zum Kartoffelsalat. Weil wenn es schon am Anfang mit dabei ist, dann kann die Kartoffel keinen Geschmack mehr aufnehmen, weil das Öl ummantelt das Ganze und dann schmeckt es einfach nicht so gut. So, das Ganze ist jetzt da mit dabei. Jetzt rühren wir um. Dann schauen wir, ob er von der Konsistenz her passt. Wenn er ein bisschen zu streng ist, gebt es einfach noch mal ein Schlückerl Brühe mit dazu oder ein Schlückerl Wasser. Ja, der Kartoffelsalat ist jetzt soweit fertig. Kurz vorm Anrichten geben wir noch ein bisschen frische Kräuter dazu, ein bisschen frische Petersilie, ein bisschen Schnittlauch und dann geht es draußen am Eck weiter mit dem Lucki und dem Beefhammer. Drei Stunden sind vorbei und wir schauen mal nach unserem Beefhammer. Ah ja, das schaut schon mal ganz gut aus. So, und jetzt geht er für weitere vier Stunden in die Verpackung und dafür nehmen wir Butcher Paper. Früher hat es ja öfter mal einen Schützsamm gegeben, weil ich Alufolie verwendet habe. Hat man halt früher mal gemacht, macht man halt nicht mehr. Heute nehmen wir ein sogenanntes Butcher Paper und zwar ist das im Endeffekt Metzgerpapier. Das ist so ein wachsbeschichtetes Papier, wo man halt wunderbar was einpacken kann. Und ich mache das jetzt ganz einfach. Butcher Paper. So, den Burschen da rein. Und dann wird der einfach nur hier so eingepackt. Wenn ich das hier oben habe, dann nehme ich noch ein bisschen was von meiner Beize vom Anfang, schütte ich da dazu. So ungefähr 100 Milliliter, damit ich da wirklich schöne Flüssigkeit drin habe. Und dann kommt wieder mein Faden zum Einsatz. Ich binde das Ganze einfach zu. Und das war der Ganze zauber. Den zweiten Hämmer holen wir uns auch noch mal raus. Und es fängt jetzt richtig an zum Regnen. Aber ich sage euch eins, bei so einem schönen Grillen kann jeder. Unsere zwei Hämmer, die gehen jetzt zurück ins Eck. Ich lege die mal so rein. Mach zu. Und ich haue jetzt ab ins Trockene. Und die zwei bleiben die nächsten vier Stunden eingepackt im Eck. Bis gleich. Das schaut ja schon mal wunderbar aus. Und ich würde sagen, wir packen den Burschen jetzt mal aus. Schneiden hier einmal auf. So. Und ich würde sagen, wir schneiden den Burschen jetzt einfach einmal an. Und schaut mal, das Fleisch ist ultra zart. Ja. Und besser kann man es eigentlich nicht machen. Schneiden wir das Ganze mal in Scheiben. Wir haben einen richtig schönen, saftigen Biss. Man sieht es jetzt schon, das Messer, das Butter da richtig durch. Und viele machen es so, dass sie den Bifemmer hinterher wirklich pullen. Ich finde das überhaupt nicht gut. Es schaut immer so schon mal gegessen aus. Schöner ist es wirklich, wenn man wie beim Ossoboko einfach tolle Traschen hat und butterweich. Das Ganze wird jetzt so serviert mit der Iva im sensationellen Kartoffelsalat, mit der Focaccia und mit ein bisschen Barbecue-Soße. So. Das sieht man jetzt schön an. Hier unsere Scheiben vom Beefhammer. Machen wir ein bisschen Barbecue-Soße mit dazu. Dazu kommt unser schöner Kartoffelsalat von der Iva. Und unsere Focaccia. Die ist mittlerweile kalt. Die nehme ich einfach so raus, lege ich auf das Brett und schaut mal, schneide ich jetzt hier eine schöne Scheibe runter und die ist natürlich super saftig zart. Ein Trick von mir, ein bisschen Olivenöl drauf, einmal kurz auf dem Grill und dann habt ihr es auch noch richtig knusprig, aber ansonsten passt das hier wunderbar dazu. Unser Beefhammer, Focaccia, Kartoffelsalat, das absolute Trendgericht beim Barbecue und ihr habt es gesehen, es ist total easy. Einfacher geht es nicht. Wenn ihr Lust habt, das nachzumachen, folgt zu unserem Channel, am besten lasst ihr ein Abo da, wenn ihr noch keins da habt und um den perfekten Beefhammer daheim nachzumachen, braucht ihr genau dieses Messer, deshalb verlosen wir das. Schreibt einfach einen Kommentar darunter, warum ihr diesen Ausbeiner aus der Black Edition von Lucky Maurer und FDIC braucht. Ja, macht es nach und abonniert unseren Channel. Wir sehen uns wieder, es gibt nur ein Glück, Fleischglück, euer Lucky Maurer. Möw. Möw. Vielen Dank.